So liebe Freunde, dritter Anlauf. Hoffentlich klappt es endlich mal. Also ihr seht schon, es ist nicht der ersten Versuch. Ihr seht hier 113 von 300 zum Unlock. Aber dafür 5 Remains. Das war eigentlich für Unlocked Reining. Also Klimtlock, also er ist nicht komplett blind, ich habe es schon ein bisschen ausgeteilt. Nicht wirklich viel, weil der Astronaut hat ohnehin mehr gehabt. Er hat nicht wirklich gut und der Ton war beschissen. Beim zweiten hat es einfach nur geruckelt, wie sauer ist. Da ging gar nichts mehr. Ich habe übelste Frame Drop gehabt und das hier hat geleckt und das war abartig. Da habe ich schon in einem Kampf gesagt, hier, scheiß drauf. Jetzt wird es hoffentlich endlich besser laufen. Es lief, es lief am Start schon besser. Das Programm hat auch besser gestartet. Ja, es leckt auch hier nichts. Okay. Und ich habe nicht so einen guten Start als ich das mal gehabt. Egal, 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 egal. Okay, guck mal, guck mal. Was könnte Sinn machen? Hier lang. Hier lang. Kampf-Kampf-Shop. Ah, sonst ein bisschen durchschlagen. Noch reicht. Äh, was eine These? Äh, woher was sehr schönes bekommen. Oh, es ist ruhig, ist das schön. Denk man für mich. Ich möchte all enemies? Okay. Oh, so, die Slack nicht. Oh, Gott sei Dank. Es wird endlich mal eine gute Runde. Oh, ich habe keine Friends. Oh, ist das schön. Ich habe keine Ahnung, was gerade los gewesen ist. Aber es war einfach nur unglaublich nervig. Ich versuche mal diesmal sogar unter einer Stunde zu. Oh, plennisch. Äh, wo es ein bisschen, um ein bisschen fast Fahrrad. Stryko. Ja, ich bin jetzt sowas von Marissa versorgt, dass ich ständig alle Koppenspiel bin, wenn ich kann. Ja, Marissa, wenn ich auch noch mal ein kleines, kleine Runde spiele. Zwei. Mal schauen, mal schauen. Das wird heute vielleicht so. Komm, oder zumindest werde ich auf. Adenin macht drei Block. Okay. Hat das gerade irgendwas verbraucht? Habe ich gerade vorguckt? Ich habe gerade nicht wirklich aufgepasst. Und ich werde nicht gucken. Okay, okay. Ich mache... Also ich kriege drei Block und kann Schaden aus. Okay. Ja, es ist so ein bisschen... Wieder... Habe ich letztes Mal schon gesagt, der Orp-Typ. Das habe ich mir nicht merken. Den Block ist natürlich nice. Das heißt, ich muss noch ein Defend machen. Weil ich dann hier noch drei bekomme. Und kann ihn richtig schnell mit reinhauen. Was nicht voll Schaden macht, aber egal. Ach, da kommt noch der zwei. Okay. Okay, alles. Es läuft auch gut. Es läuft auch gut. Was noch mal? Drei Schuhen. Okay. 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 Machen wir natürlich das. Also irgendwie, das muss natürlich immer sein. Das bringt immer was. Dann kriege ich ja ein Zylosien. Und das macht... Vier Schaden für eine Zufallsgegne. Ja, wir haben eins von jedem verloren. Hab ich so richtig gesehen. Ich bin gar nicht sicher, aber ich glaube. Ja. 40. Ja. Sch... 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 Ich gehe mal lieber auf Block. Ich gehe mal lieber auf Block. Ich gehe hier von aufs Maul. Okay, das hat jetzt alles... Okay. Ja, ich werde Schaden vermeiden. Das erste Kampf ist jetzt. Jetzt kann ich dafür richtig reinhauen. Oh, jetzt musst du stimmen. Oh, das war. Okay, letzte Runde war doch perfekt gewesen. Und fertig. Tag. Boah, schon. Wir kriegen... Random Sequence. So includes... Boah, was zur Hölle. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Nein, I think the best is to drawback. Okay. Zentrifuge. To all enemies a random nuclear build. To a hand for each enemy. We got one together and we got one together. Ich bin hier wirklich neugierig. Genetik. Genetik Slap. Okay. Okay. Ja, wie gesagt, ich habe den gerade angefangen zu spielen und bin komplett zerfickt worden. Warte nicht schön. Okay. So, dann haue ich den hier aus. Dann habe ich den. Gerst! Aaaaaaah. Kann ich hier spielen? Ja, das kostet null. Perfekt. Warte nicht. War das mit drei... Ach, drei Block genau. Ich dachte, schade. Egal. 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 Warte mal. Nieselis, die kostet eins weniger. Heißt das, das kostet man 34? Ja, sag mal, das ist toll. Ich werde dann, das was ich habe aufs Maul. Also, ernsthaft. Fast nur Block. Ja, okay. Ich kann jetzt mal hauen und dann... Okay. Okay. Das habe ich jetzt abfangen. Mit Krieg 6. Das ist perfekt. Okay. es ist ein typ der normale charakter ist eigentlich ganz cool bisher zu spielen ist das war anwächst oder wenn sich gewollt wieder aufs nicht als die freigestattung oder mag ich die leitlinge beziehungsweise ziel und deoxy die die linken das ist dort das macht sechs schaden und dann kriege ich noch zu tun dass er erhöht die wirkung von den dingen aber dass ich nehme das ding dessen habe ich nicht ausspricht kann mein gott ich will mich studieren okay ich möchte was was ich entfernt meine kopte und ich habe jetzt ich entfangen ein strike block kann man nie zu viel haben und das ist nicht schlecht so okay jetzt ich probiere das krieg also mehr ich zwölf block okay das ist richtig anwenden aber warte so neun tausend ich habe keine ausgesprungen wird das heißt wenn ich genau das okay das ist das jetzt müsste ich zwölf block immer noch nicht ich verstehe es nicht ist okay das hat das ist egal ist egal hier schon erst lassen okay es ist noch nicht ganz alles glaube das funktioniert aber ich weiß auch nicht ob alles hier funktioniert ob das machen wird also work and progress ist oder das mache ich ja das hier und krieg war nie was wir wieder bei energiebrot gibt das machen kann und das machen kann und das machen kann okay das ist sehr sehr schön das gefällt ich habe schon gesagt also bei der ersten aufnahme eigentlich über das aufnahme hier ist das stört mich wirklich dass das nicht ganz in der mitte ist ist das ist keine idee muss ich sage wirklich keine idee und das hätte man wirklich nicht das stört mich gerade wirklich das stört mich gerade wirklich ich lass mal so jetzt werden die verbunden was habe ich hier polypeptide ich habe keiner was agilien macht und das alter 33 was zur hölle wo kann das einmal her hat das was mit dem peptide zu tun das war richtig geil 1 block für Das ist aber ganz cool, da ich eigentlich bewusst muss irgendwelche... Wurde ich lang gehen? Hier lang, genau, hier. Oh, da warte ich... Ne, ich warte hier lang. Ja, ich werde wahrscheinlich die Fragezeichen mitnehmen. Ah, Fragezeichen. Also hier lang. Äh, der ist ein Scheißer. Will ich jetzt meine PowerPoint einsetzen? Ja, wichtig, wichtig, bitte. Also noch, da kommt. Und da ich so will, kostet mich null. Das heißt, ich kann dich jetzt erstmal angreifen. Sehr schön, dann hole ich hier noch das. Sehr schön, und dann... du bist noch kurzzeitig. Okay, das heißt, ich höre über das Maul und ich habe Zyptosin. Perfekt. Eine von vier Aminosäuren, die unsere DNA machen. Nicht Erna. Erna, aber... Ah, warte mal. Welches... Erna hatte eine Aminosäure anders? Wenn ich hier allerdings aktiviere, musst du... Genau, zwei. Perfekt. Das heißt, ich gehe jetzt mal aus dem Maul hauen. Schön damit. Und jetzt kriege ich ja nicht ziemlich aus, wie ich gerade sehe. Okay, das ist vielleicht nicht ganz optimal. Aber gleich nach Ruhe... Oder will ich ruhen? Na, ich bin ganz sicher. Ich würde dich mal... Ich kann es mir nicht leisten. Ähm... Ich mach das. Oder das und damit... Er kriegt es mir jetzt mal 8 Schadenbrunn. Das ist mir jetzt etwas. Und der zwei Wohnbarkeit... Prolin, Glutamic, Acid, Tyrosine... Was zur Hölle? Ich habe keine Ahnung, was es alles sein soll. Jetzt hat er sich drei, was zu... Oh, ich hatte schon drei. Ist mir grad zu hoch. Halt, das ist mir grad zu hoch. Okay, ich muss mich schon aufs Maul hauen, weil du grad vorwohlen bist. Und jetzt wird die noch zuschlagen. Das ist ein Zwölf, einfach so gedrückt, ohne dass irgendwas machen muss. Das ist geil. Jetzt kriege ich natürlich die... Was ist das? Was ist das für eine komische Kugel? Er fängt... Ach, das geht auch rückwirkend. In Anführungsstrichen rückwirkend. Ach, du weißt es nicht mehr. Ja. Das geht blocken. Das ist sehr, sehr schön. Dann... Mach ich das. Damit entsteht noch so ein... Alter, was ist das denn? Damit habe ich noch ein Prolin... Ich habe keine Ahnung, was das alles bedeutet. Aber es ist irgendwie cool. Meine Energy ist egal. Ja... Jetzt krieg ich noch 60... Ich hab grad grad... Nee, oder? Ach, dann wird die Effekte... Boah, das ist... Aber... Man kann auch alles richtig... Das Problem ist... Also, ich... Es ist klar... Je nachdem, welche Kombination man nimmt, kriegt man bestimmte Punkte dazu. Oder bestimmte... Polizität ist klar. Ja, dem welche... Aber... Also, theoretisch müsste die Reihenfolge da mit der Sonne auch... sind aber auch eine bestimmte Bedeutung haben. Oder reicht... Oder ist es so, dass es egal ist, welche Reihenfolge... Und bloß bestimmt auch vorhanden sein müssen. Was auch denkt... Ja, die sind alle gesondert... Und wer hat dann vermischt und reagiert miteinander... Kann ich so sagen, aber... Also... Allein, selbst wenn man so sagt, es ist egal, welche Kombination... Oder, welche Reihenfolge kommen, die machen immer die und die Wirkung... Ja, selbst dann müsste das eine... Die Menge an Kombination wäre... Warte... 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 Wenn noch sogar die Reihenfolge noch wird sie richtig... Random Forest... X-Warn... With random again... X-Warn... Exhaust... Ah, ja... Ah, auch Fluch! Okay... Okay, das ist geil... Was wenn ich diese... wenn ich guaninen bekomme und ob es mehr... mehr... ...Energy-Proz... Ich mach da mal was, ne? Auf Ordnung von Alter! Meine Mensch ist natürlich auch, ne? Du möchtest... 11L, uh, 11L, das weiß ich auch, weiß. Select in New Deal, uh, aus, auswähl! 15 Uhr, das ist natürlich auch, nice. Es kostet zuletzt, oh, das ist natürlich 22... Ich glaub' nur das, das hier, random for... Ich weiß noch, ja, aber ist einfach zu stark. Ich, ich weiß, ich werde mit einer Runde nur verbringen, das Ding hochzu... Ja, hier, lass mir HP absaugen, dafür will ich Kohle haben. Und dafür geh' ich jetzt hier ein, dann geh' ich schlaffi schlaffi machen. Hier krieg' ich eine Matryoshka! So, ey, oh, perfekt! Zweiternach hab' ich sogar einen Boss, also ein Lied, nicht Boss. Lied kam, das ist schlaffi schlaffi. Oh, die haben sogar einen eigenen... Ist so einfach gemacht, aber... Ich find's gut, dass was kommt. Oh, pfff... Der! Every day a drink, every day... Ähhhhhhhhhhhhh... ...und dann werd' ich dir... ...die Beine reinhauen! Ach ja, okay! Okay, okay! Okay, okay! Der wär' ich... Ich muss ihn möglichst schnell runterprügeln! Je länger der Kampf dauert, dass die beschissener wird's! Ich will' ich sogar nicht mehr irgendwas weiter... Ich hätte natürlich was trinken... Ach, da hast du Gott! Ahhhh... Nächste Runde! Nächste Runde! Ich hasse diesen... Bastard! Ich hab' Stärke bekommen! Woher hab' ich Stärke bekommen? Ich bin verwirrt! Ich hab' alles hochgepusht! Oh, ich krieg' sechs Block und das... Ja, ja, macht ruhig Schaden, du Bastard! Das ist mir egal! Siebte... Oh Gott! Oh, okay! Dieses... 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 Das Ding ist... Geil! Ah, der Min... Sechs... Oh! Das hab' ich... Da werd' ich das hier machen! Ah, der Min... Ah, der Min... Nice! Nice! Aua... Das war richtig, richtig geil! Ah, okay... Ich war verrundbar... Das ist mir aber vollkommen... Blödes... Kleines! Fuuuuh! Das ist ja... Aber scheiße! Ich will dir auf's Maul hauen, damit du sti- Ah, du stirbst ja! Oh mein Gott! Ja, du stirbst! Oh Gott sei Dank! Danke, Zytosin! Ich liebe dich! Und ich was... Oh, geil! Ich hab' das... Oh, geht das nicht! Äh... Exhaustem... Oh, was? Hä? Also, ich will nicht... Und... Geben... Monode... So, oder... Oh ja, das ist heftig Auch... Drie... Also, ich kann drüben werden... überset um... Die, in meinem Ablagestatum... Okay! Und die muss ich alle... ...dyscapt... Das wahrscheinlich haben die... ...'sert... Oder ich muss sie ausspüchen, ich weiß nicht, aber an 23% heftig, da nehme ich ehrlich gesagt lieber Auto-Immun-Ineffizienz. Oh, du hörst sogar gleich. Ja, du kleiner Bastard. Was ist das? Ah. Brauche ich eigentlich gerade nicht? Ah, perfekt, perfekt. Das war doch nice. Der ist, äh, Phenomeros. Sampleswap. Fritschling, bis zum Beispiel. Ich hab zwei Speedlosions. Okay, dann... Hier, dann die Fragezeichen, dann gehe ich petten. Ja. Ach, da habe ich es auch vergessen, da habe ich die Strengths. Okay, was haben wir hier? Life Sage... Wenn wir... Wenn wir die Effects von ihr... All enemy... Interest... Um... Ach, das ist... du stirbst schneller ich habe ich mache das okay okay ich habe ich erst mal auch gemacht das ist natürlich macht zwei scheinen für alle das ist doch nicht oder auch mal diese wachsgeschichte wachstumsgeschichte okay mich wollen alle hauen das finde ich voll unsozial von euch wisst ihr das aber ich werde erstmal das hier machen das ding wird ihnen killen das heißt ich werde ich trete und mit vier vergift ach ich krieg auch so was brot ok es gibt also pro aminösäure gibt sieben schaden und zwei gift ich dachte zwei gibt es sind also erstmal nur sieben schaden und dann gibt es immer zwei okay das ist das nicht okay das gefällt es sehr das ist natürlich immer drei ich hoffe ich kann man diesen namen ich kann nicht kennen aber ich kann block aufbauen auf jeden fall irgendwas habe ich habe keinen weg doch ich habe mich drin okay das ist doch aber ich habe doch flow bisschen auberkirchen aus so sehr sehr schön der power game mann transposon die von der pläte sie gehen aufwerten die nehmen und aufwerten das wäre sogar ich habe ich habe ich habe aufwerten rät das ist schlecht dass ich auch mal gut 3 ich will das macht damit ich ja noch spielen kann die fünf kost das heißt werden auf drei körper spiel ich habe den ok ok ich habe diese musik ich könnte das war uns ja ich hätte alles machen soll mein gott ist aggressiv das wird nicht ausreichend das hat auch nicht aus ich mag das scheiß ich mache es so kleine verzweiflung tat aber was soll er hätte er hätte ich auch erreichen können was wir was mache ich dann schön ok das wird ok ich frage mich gibt es euch fest aber ich werde mich gerade so aus und pushen ich habe noch egal also und sein ich habe so eine aktive es kostet zwei ich trinke mal einer da mache ich das so ich muss ja nicht zwangsweise und ich habe aktiv hallo ich habe gerade gesteht das asparagin und zu ich muss teilweise was die ganze dinge bedeuten das war okay okay jetzt das 19 schadenbrot einfach so ich baue mal die fans ich habe es meine reihe ich habe ich will nicht was soll ich habe keine ahnung was er sich wirklich dann kann ich das machen und damit ziemlich verbunden zu einem weiteren appetit was mir das einfach so gestiegen durch diese produziert ist also das ist so heftig das ist so heftig aber 14 block dadurch bekommen ist die das ist schade trans personen das ist aber sehr interessant was nehme ich ob ich will zu einem shop und okay okay ich bin wieder voll geheilt perfekt was will man denn wer welches das erkläre krieg ich doppelt so viel perfekt mit abfangen das war zwar egal ich darf ich mich an und drückt der gift rein und bin damit vollkommen zufrieden ich spreche durch was soll das krieg ich nicht so dass ich wirklich stark aber ich krieg das für mich ich kann die immunineffizienz verpassen ich weiß auch was das mache ich sogar ich hätte genug okay ich werde das schaden fressen das passt schon okay meiner milisäuren verpassen ja auch ordentlich und das ist meine sohn jetzt nicht scheiße doch ich muss das alles war das erst gerade da bin ich noch ein politiker habe also das war das geht immer dann das hier ist was hier es gibt um diesen zuwachs ist passt ich habe euch das ok pro alles erhöht wird da ich ja diese foresting und mehr gift und ich habe ja was ich noch meine reine betriebe dieses auto ding weg geht das schluss jetzt schluss jetzt schluss jetzt schluss gerade so nicht hausloch ok war jetzt kein problem das ist eigentlich nicht hier am ende die oxy adenosin das kann ich jetzt mal schon nehmen diesmal nämlich wirklich blocks sind toll aber ich habe selbst noch genug kommen ich bin korrekt ich habe noch ein strike ich habe noch einen strike okay schauen wir mal was ich du müsstest eigentlich ein schönes auch fach für mich haben frozen ei free drags er paukartier ich schaffe den intron ich werde eben aber das ist nicht cool ich kann keine basen ich möchte kann erst mal hier hin und dann wird sich die kaffe nehmen ein lied kampf wenn der lied lange vom diskussion abkomme okay was mache ich jetzt schön dass ich erst mal dinge für sie noch zu sehen was passt ich habe nicht aber durch meine wissen also passt das schon irgendwie also eine riesenratte man nicht essen kann was war ich das finde ich würde das machen dann werde ich kann das auch ein nein auf dauer gesehen ist das hier das machen und den schaden so wir machen es schon schön sechs schaden und sich gibt dazu verpassen wir da mal ein bisschen immunschwäche ja ich gehe mal auf offensiv bock dazu was soll es ist die vorstellung da so also noch das geht ich kann das und ich kann es mir noch zwei und ich habe gewinnt das heißt ich sollte mir den energy drink mal nehmen und ich habe das weg gehalt geil und ich komme hab ich schlinkt dann mache ich das mache ich das mache ich das einzige okay das weiß nicht dass die mann aus als egal 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 30 die ist natürlich geil das ist block ist das heißt ich würde ich noch mal angreifen dass er eindrücken 6 gif und dann ich gebe einen punkt aber scheiß drauf ich mache es trotzdem nice damage Scusi. Ach, das war ein Power-Card? Achso, hier stimmt, ja! Stimmt! Kleine Scheiße, Mann! Das geht mal, oh, okay, das war Heilung. Okay, ich werde das bisschen aufs Mal bekommen, das ist vollkommen in Ordnung. Au! Au! Ah, ich finde, was schlimmer ist. Okay, was? Kann ich, ey? Zuck, äh, das ist, was ich muss. Okay, ich mach's mal das. Dann... War ich das, was die Effektiv... Power-Card, auch ich weiß mal, geil! Äh, dann... Ich mach's mal. Kann ich irgendeinen von euch töten? Ich kann nicht töten. Und du bist schon, das heißt, ich kenne dich direkt. Perfekt, 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 Perfekt. Ich geh so ein bisschen Defense, ich geh so ein bisschen Defense, ja. Für mich als Feed aber, äh, passt. Okay, ich bin hier geprügelt, aber... Egal, es passt schon. Okay, okay, okay. Au, das gefällt mir überhaupt nicht. Das war eigentlich witzig gewesen mit dem, ja, wenn ich irgendeinen Scheiß auf, dann egal, aber... ...das war doch nicht so gemein! Hehehehe! Nein, zu laut! Jetzt hab ich noch mehr von... ...die Dingern? Okay, ist einfach so... Ich hab keine Ahnung, was die bringen, aber... Ähm... Hey! Help! Wie soll ich für sich fünf Stärke? Ach, ich selber dir, ach so, ich selber dir... Ach, ich selber dir, ach, ich selber dir... ...und die Hähnungen kpart immer an den Aztec. Ich hab' keinen Ack denfarben für euch wählen. Ach, es ist unfair, aber... Sein lieb zu mir, please... ...please know hurt me. What is love! Ich kann die Eh ό, na eren ehr... ...' medidas teines Einfaches. hier dann habe ich das noch mal schnell rein und du stirbst das gift perfekt die okay schon aufgewertet das ist ja normal 15 extra durch hier das heißt ich kann alles was ich habe es geht immer für einen zug es gibt nicht so an okay wenn ich also habe was ich habe okay ich meine ich brauche okay was du natürlich in effizienz bekommen dann drücke ich hier eine schöne ein bisschen die fans und wird ein schaden so weit runter das macht sind 14 schaden die ich dir mache ich ich bin ungeduld ich werde durch waschen okay so habe ich nicht wirklich viel also ist das nicht ich kann mir ich kann mir link was wieso ich hatte ich ich bin verwirrt die henne das war absicht genauso geplant wenn du trotter schaden kommt die jennau troffi für mich in der mädchen mädchen wenigstens ich ganz was ab das ist nicht am einbequete schmieden das ist für mich schweb das war nicht heftig 8 ah... da bleibt mal ah, der Preis getrunken, ok so 5 block kostet 0 er bringt 5 block sechs block weil er das hier habe oder die ganzen scheiß rings das perfekt ist geil bringt aber hier ein bisschen schaden rein jetzt aufs maul wo schon ein block mehr als ich brauche aber was soll es was einfach ich habe es gefühlt laufen was mache ich denn schön sich drücke genau ich drücke ich noch ein reichen was macht mir noch mal zwei zu allen gegnern ist die rüstung dichtkeit benutzt das bringt überhaupt nichts weil ich keine politiker habe das passt also schon okay die sache mit also nicht von wunderbar beeinflusst hat mich auch gewundert aber ja man wird aber noch träumen fress ich den schaden ich habe ich habe doch das ist auch ich habe ich alles einfach abprallen ich habe eine rüstung übrig behalten so ein rüst perfekt das läuft wie am schnürchen so wie hau ich euch kleinen hosen scheiß ich kann nicht direkt sein warte mal ich kann gerne rein haupt perfekt das heißt du kannst ja jetzt weg das heißt ich kann dich direkt direkt perfekt das machen und damit kriegst du es mal ich habe das ist egal okay 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 langsam das langsam dort ja wie sie das maus so auf die zirn ich muss meine die ich ja noch mal kampf war das für diesen verdammten artikel totem den sich fast okay 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 das da weg zwei hp geheilt dann die erstmal hauen das jahr präger zwölf an ach es stimmt genau ich habe das kind unterstehbar mit wummel gespielt ist es heute eigentlich noch modern war das kind überhaupt noch wummel spielen erst mal das dann auch nichts falsch dann das so ist immer zufall was man sich immer für alle schaden gerne auf alle schaden ich werde sterben scheiße das abschlussbild ich muss gerade voll an stalker schlöbel denken die wissenschaft auch sicher als sie getragen zu anderen fahren oder selbst den dingen bekommen was ich gucke es war eine der besten ansiedeln überhaupt bekommen konnte vielleicht zumindest okay wenig schutz vor kugeln aber gut schutz und kugeln das war nicht ganzes problem soviel für eine zeit lang konnte man ziemlich gut durchkommen auf jeden fall okay egal YOLO Ja, nicht wirklich Okay, ja Ähm Nein, nichts geworden Aber wir haben eine 3-4 Stunde voll Also ein bisschen mehr sogar Das passt schon Ähm Ich werde noch ein paar Mal das machen Und dann später noch eine Folge Für den Klin 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 Oh Gott, wie zur Hölle Den Charakter hochladen Klin Klin Genau, darum steht es ja Egal Vielen Dank fürs Zuschauen Ich hoffe, ihr guckt euch den Anfang an Oder habt ihr es schon geliked Oder Guckt euch vielleicht nochmal an Ich würde euch freuen Auf jeden Fall Vielen Dank fürs Zuschauen Und hoffentlich Bis bald